Willkommen zurück zur heutigen Folge. Minecraft ist in der Folge 536 und wir haben zu viele uns im Satz. Wir sind jetzt gerade dabei hier so mal zu gucken. Warte, weg. Ah, nice. Erstmal XP zu sammeln, genau. Um zu gucken, wo wir so landen können. Denn hier ist noch Blackstone, aber das wollen wir jetzt gerade nicht haben. Weil wir wollten eigentlich ein Portal setzen. Die Frage ist jetzt, wo setzen wir das hin? Ich würde sagen, irgendwo hier. Wir setzen hier auch nochmal mit Blackstone zu. So, dann können wir nämlich hier... Genau, warte mal. Hier kommt ja ein Block noch drauf. Das heißt, wir werden hier... Das ist jetzt die Frage... Ah, nee, wir haben zu wenig Obsidianen mitgenommen für den Portal. Das heißt, es ist egal. Ah, nee, warte, ich hab... Stopp, 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 ich bin doof. Ich habe ja nur 10 mitgenommen. Deshalb muss ich jetzt hier diesen einen noch mal abbauen. Noch eine schöne halbe Minute. Dürfen wäre dieses, Obsidians noch abbauen. So. Und dann noch den Flint and Steel, den ich mitgenommen habe. Für unsere neue Overworld. Bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Und noch mal ganz schnell essen. In der Zwischenzeit. Und wir kommen raus. Ich weiß es nicht. Oh. Hier sind Schafe. Cool. Auf einer freien Fläche. Bei den Koordinaten 211 minus 3000. Haben wir ein Bett dabei? Nein. Haben wir... Warte mal, wir haben... Hier sind eh mehr Schafe. Hier können wir die ruhig machen. So, und eine Werkbank. Und... Genau, Werkbank mit der Elvis-Tuk. Da will kommen. Und dann können wir... Ähm... Ein Bett machen. So. Super. Jetzt bauen wir nochmal Raketen. Dann gehen wir mal kurz gucken, ob wir eine Höhle finden. Ui. Da sind zwei braune Schafe. Und hier so ein graues. Nicht schlecht. Eine Höhle. Irgendwo. Hier sind Pferde. Gibt's hier irgendwo eine Höhle? Hier gibt's eine Höhle. Die geben wir mal rein. Einmal in diese wunderbare Höhle. Die ist leer. Kohle brauchen wir nicht mitnehmen. Noch. Gut, dann fliegen wir nochmal in die Richtung ein bisschen. Gucken, ob hier eine Höhle ist. Was habe ich eigentlich für eine... Äh... Video-Settings. Neun. Ja. Dass man mal ein bisschen weiter sehen kann hier. Das ist ja... Also hier in der Nähe ist keine Höhle. Das kann doch nicht sein. Hier ist aber eine Ruhe in Poachtel. Huch. Die Blumen nehmen wir mal mit. Die können wir bestimmt irgendwie gebrauen. So, was haben wir denn hier? Gold brauche ich eigentlich nicht. Eine Uhr nehmen wir mit und den goldenen Apfel nehmen wir mit. Ja, der Rest ist eigentlich, äh... Naja. Nicht nötig. Oh. So, wir suchen trotzdem noch eine Höhle. Hier ist ein Sumpfbiom. Hier gibt es keine Höhlen. Hier muss es doch irgendwo Höhlen geben. Also zumindest die Höhlen-Eingang. Aber irgendwie ja nicht, ne? Ähm... F3, F3, F3. Wir wollen mal ein bisschen wieder zurückfliegen. Genau, hier ist nämlich das Portal. Aber hier sehe ich keine Höhle. Zehntausend Wassersachen, aber keine Höhle. Hier ist eine Höhle. Das ist auch noch eine. Jetzt, jetzt habe ich 5 Stück gefunden. Ne, die ist auch wieder... ...zu Ende. Und hier war irgendwo was. Ich habe es genau gesehen. Ui. Ne, hier nicht. Hier hinten irgendwo. Ja, vielleicht. Oder ist hier auch wieder zu Ende. Ne, ist auch wieder nix. Mann. Hier ist irgendwas. Gucken wir, ob das tief ist. Hier ist Kupfer. Nehme ich mit. Ich nehme das mit. Das Kupferöhrchen. Ich baue die auch später mit Glück ab. So, jetzt brauchen wir Kohle. Kupferöhrchen. Ich habe aber nichts. Keine Kohle. Ich habe keine Kohle. Ich habe keine Kohle. Hätten wir die vorhin doch mal mitgenommen. Also, hier ist schon mal nix. Hier ist schon mal nix. Dann gehen wir nochmal zurück. Warte, wir waren ja hier irgendwo reingegangen. Kohle. So. Äh, Kohle, 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 Kohle. 4, 8, 12, 16 und nen Stack Fackeln. Dankeschön. Aber hier ist schon zu Ende. Okay, gut. Dann nehmen wir nochmal die Sieg-Touch mit. Also, hier ist auf jeden Fall irgendwas drunter. Die Frage ist nur, was und wo. Aber hier ist kein richtiger Eingang. Was das für uns bedeutet, ist, wir fliegen nochmal ein Stückchen. Weiter weg. Und zwar Richtung. X-. Dass wir nämlich weit weg kommen. Dass wir ganz schnell weit weg kommen. Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Dir gefällt das Video? Dann lass doch einfach eine positive Bewertung da. Unter dem Video. Oder kannst auch gerade einen Kommentar schreiben. Oder, wenn dir der ganze Kanal gefällt, dann lass doch einfach ein Abo da. Das ist gar nicht schwer. Du musst einfach nur runterscrollen und auf Abonnieren drücken. Und dann kannst du alle Videos von mir angucken. Du verpasst keins mehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, bekommst du eine kleine Mitteilung. Und dann kannst du dich schon mal gespannt an die Folge setzen. Dankeschön. Hier gibt's eine Höhle. Hier gibt's ja viele Höhlen. Die nehmen wir auch. Aber hier sind bis jetzt auch keine neuen Rohstoffe. Doch, hier ist. Hier ist auf jeden Fall was. Dann nehmen wir die auch mit. Mann, hier sind alles so Höhlen, die irgendwie nix sind. Ist auch schon wieder nix. Alles nur so kleine Höhlen. Das ist doch doof. So, dann in die nächste Höhle. Die ist wahrscheinlich genauso groß. Nur, dass hier jetzt noch Wasser drin ist. Oder? Ein Stück kürzer. Da oben ist auf jeden Fall schon mal ein Ende. Und hier ist auch ein Ende. Mann, jetzt denkt man hier einmal, man findet eine gute Höhle hier oder sucht eine Höhle. Dann machen wir uns mal ganz schnell ein Stückchen weiter. Gucken mal hier ein bisschen hier so links. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Dörflein. Gibt's irgendwas, was wir brauchen, was wir nicht haben? Eigentlich haben wir alles. Wir sind kleine Dorfbewohnerchen. Den Pott können wir mitnehmen. Die Glocke nehmen wir auch noch mit. So, jetzt schmeißen wir hier mal wieder Zeugs rein. Ja. Gibt's auch irgendwas, was man sich hier mitnehmen kann? Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, gibt's irgendwas? Brot? Ne, brauche ich eigentlich nicht. Hab ich alles? Hab ich alles? Hab ich alles? Alles, was du mir verkaufen willst, verschenken willst, hab ich. Ein Papp gibt bei. Den können wir mal essen. So, Höhle oder nicht? Keine Höhle. Keine Höhle, keine Höhle. Gut, dann gucken wir noch mal, ob wir irgendwas... Aus den Lüften finden hier ist eine Schlucht. Dann ist doch schon mal was schönes hier eigentlich dabei. Oder? Ne, die Schlucht ist nicht schön. Hier ist aber neben der Höhle dran gewesen. Irgendwo. Ich seh's nun wieder nicht. Eine Höhle, eine Höhle. Die ist noch eine andere Schlucht. Naja, hier kann man schon mal ausleuchten. Oh, guck mal, hier gibt's da so Sachen. So, hier scheint's doch mal ein bisschen tiefgründiger zu gehen. So, davon haben wir genug. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Eisen ist immer Mangelware, also nehmen wir das mit. Eisen ist Mangelware. Super, super, super. So. Kupfer. Kann ich die abbauen? Ne, kann ich nicht. Zumindest nicht mit Silktouch. Die große Überraschung am Ende und was hier weitergeht, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn's dir gefallen hat, lasst noch eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis denn. Ciao, Leute.